Früh-Rentner oder nicht, gelten für mich die Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten, wenn ich die Regelaltersgrenze überschritten habe. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Grundsatz ist es so, dass die Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten grundsätzlich immer nur vor Erreichen des Lebensalters der Regelaltersgrenze gelten. So sagt es das Gesetz. Zumindest gilt das so lange, bis wir die neuen Regelungen haben, die ja zum 01.01.2023 in Kraft treten sollen. Aktuell gilt in Deutschland, dass wir bei einer vorgezogenen Altersrente 46.066 Euro anrechnungsfreien Hinzuverdienst als Bruttojahresverdienst ab Rentenbeginn haben können, ohne dass die Rente gekürzt wird. Ab Erreichen oder Vollendung des Lebensalters für die individuelle Regelaltersgrenze ist damit Schluss. Das heißt also, wer zum Beispiel eine Regelaltersrente direkt beantragt, muss niemals befürchten, dass irgendein Hinzuverdienst auf seine Altersrente, auf seine Regelaltersrente angerechnet wird, weil da fällt grundsätzlich die Anrechnung des Hinzuverdienstes weg. Also gelten die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten grundsätzlich immer dann nicht mehr, wenn sie ihre Regelaltersgrenze erreicht oder überschritten haben. Dann können sie anrechnungsfrei so viel dazu verdienen, neben ihrer Rente, wie sie wollen. Näheres zu diesem Thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.